Und ihre Brötchen. Übrigens, ich mach mich jetzt auch selbstständig. Hallo, ich mach mich selbstständig. Guten Morgen, Paul. Schon gehört? Ich mach mich selbstständig. Da sind sie ja. Ich bin jetzt hier fertig. Und damit sind sie jetzt selbstständig. Der Johanniterhaus Notruf. Testen Sie jetzt vier Wochen kostenlos. 0800 32 33 800